Cyberport präsentiert den SteelSeries Free Mobile Wireless Controller. Das Gamepad von SteelSeries ist der leichteste Controller der Welt und hat dank einer wiederaufladbaren Batterie eine Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden. Es nutzt den Funkstandard Bluetooth und hat eine Reichweite von bis zu 6 Metern. Der Controller ist kompatibel mit PC, Mac, Android-Phones und Tablets sowie dem iPhone, iPad und dem iPod Touch. Äußerst funktionell ist das klassische Layout mit zwei Joysticks, dem D-Pad, zwei Trigger-Buttons, dem 4-Tasten-Layout und den Start-Select-Buttons. Die Aufladung des Akkus erfolgt über ein mitgeliefertes Micro-USB-Kabel und dauert nur 2 Stunden. Mit Hilfe der SteelSeries Engine App können alle 12 Tasten neu belegt werden und sorgen so für unbegrenzten Spielspaß. Und dann können alle 12 Tasten neu belegt werden. Vielen Dank.